Okay. Lauert der Tod. Das ist, äh, schön. Da freut man sich doch. Ah. Mhm. Okay. Okay. Wir können da rüber. Müssen wir vorher noch irgendwas anderes machen da unten? Wahrscheinlich schon, oder? Sonst würdest du da ja nicht absichtlich runtergehen. Bitte einmal runter. Dankeschön. Oh, da gibt's ja einfach nur Zähne. Ich mein, ist auch okay. Nehmen wir mit, wenn sie schon da sind. Aber das sieht hier so, so gewollt aus. Nein. Aber ich glaub, hier ist nix. Na dann halt nicht, okay. Nein. Habe es irgendwie schon cool gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Okay, dann. So, wieder. Und dann geht's hier rüber. So. Ach, da ist ein Interessi meiner an. Muss man ja gar keine Angst haben. Okay. Äh. Von dir aber schon. Du siehst irgendwie gruselig aus. Warte mal so. Ist doch ein menschlicher Körper. Was ist das mit dir los? Okay. Okay, da gibt's wieder was zum Schießen. Okay. Vorher checken. Nein. Ist nix. Ja, okay. Na dann, Attacke. Oh, warte, warte, warte. Okay, okay. Wir werden gleich sterben. Ah, wir haben's geschafft. Ah, wir werden nicht sterben. Schön. Das ist immer toll. Da freu ich mich doch. What the fuck? Geht's da gleich weiter? Ich glaub schon. Na gut. Äh. Geradeaus. Ähm. Okay, und. Okay. Äh, ich sag gerade sehr oft okay. Ich weiß aber, ich muss mich aber orientieren. Oh, was bist du denn? Recht tot. Nein. Okay. Was haben wir denn da? Okay, äh. Ich soll aufhören, okay zu sagen. Das ist ganz furchtbar. Ich geh mir schon selber auf den Keks. Äh. 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 Wofür brauchen wir die denn jetzt eigentlich noch? Eigentlich nix mehr, oder? Äh. Okay, dann gehen wir gleich rüber. Und dann nochmal zurück. Und dann nochmal zurück. Brauch mal ein anderes Wort. Was könnte man denn statt dem Wort okay sagen? Na dann. Na dann könnte ich sagen. Oder, oh. Ah, da müssen wir durch, okay. Ich, na, ich hab schon wieder gesagt. Na dann. Also ja grausig. Alice. Mach keine Muppe mehr. Ah, wir sind gerade gestorben. Das ist ärgerlich. Oder haben wir's überlebt? Wir sind tot, oder? Ah, wir haben's überlebt. Schön. Hä? Flatsch, flatsch, flatsch. Nein. Ich wurde das mal gekommen. Moment, was? Achso, jetzt muss man da rechts. Achso. Verstehe, verstehe. Äh. Soll ich da jetzt einfach gerade ausspringen? Ich vertraue euch nicht. Hä? Hä? Okay, ich hab irgendeine Info, glaub ich, verpasst. Hallo? Ich hab irgendeine Info verpasst. Irgendwas stimmt hier nur nicht so ganz. Hä? Bin ich blind? Ich glaub, ich bin blind. Ich hab, glaub ich, das grad nicht mitbekommen. Bin ich doof. Die Frage muss ich mir jetzt grad ernsthaft stellen. Also irgendwie. Was ist denn noch passiert? Wir haben da drauf geschossen. Was ist los hier? Hallo? Oh. Jetzt ist nix mehr okay. Mir fehlt ein bisschen Kontext. Wie soll ich denn da rüberkommen? Hä? Hä? Ich muss da ja irgendwie hin. Hier, wir suchen jetzt alles ab. Irgendwas hab ich verpasst. Irgendwas sehr offensichtliches hab ich verpasst. Nein. Ah. Da oben. Äh. Oh, das... Das war jetzt nix. Das war ein bisschen peinlich. Excuse-moi. Das machen wir nochmal. Okay. Nein. Ihr Hixen klingt manchmal ein bisschen so, wie wenn man so jemanden hätte, den man synchronisieren möchte, wie wenn er betrunken wäre. Genau so klingt das. Ja, aber hey. Das ist ja auch nicht der... Das Rätsel ist Lösung. Ich bin doof. Ich glaube, ich ist gerade ganz fest dran. Das kann doch nicht sein. Kann man hier irgendwas übersehen? Nee. Nein. Jetzt haben wir doch alles mit genug... Hä? Nein. 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 Oh, hä? I don't get it. Achso. Jetzt habe ich es gerafft. Was ein Scheiß. Ihr habt es bestimmt schon gesehen und alle so facepalmen. Mein Gott, ist die blind? Ja, sie ist blind. Zu eurer Information, sie ist sehr blind. Nein. Oh! Oh. Ihr könnt mich mal. Oh! Oh mein Gott. Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, ich wäre da noch bestimmt eine halbe Stunde rumgestanden und so. Hä? 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 Voll verwirrt. Okay, das Ding kommt hierher gefahren. Wie weit kommt? Nur bis dahin. Was bist du denn für ein Würmchen, ey? Geh vielleicht weg. Jetzt wollen die mich attackieren, oder wie? Ah, es kommen ja immer noch mehr. Ihr seid ätzend. Ich mag euch nicht. Seid ihr alle weg? Okay, hier gibt es wieder Zeug. Zumindest ein bisschen. Ach, der Torb kommt von rein. Ich wollte gerade schon sagen. Nein. Geh weg. Wo bist du? Da bist du. Ha! Du musstest sterben. Und ja, wir sind so grausam. Wir sind so böse. Ich wusste, es kommt runter. Sind wir da groß genug, dass wir da durchpassen? Ich hoffe doch. Ich hoffe, das hat uns das nicht zerquetscht, sondern das musste so sein. Ah, hi. Hi. Boah, Alter. Hat die uns gerade weggesmasht. Na? Die ballert gut, die gute Dame. Oh. Verdammt. Na komm. Mach die Arme auf. Ja. Fein. Das ist irgendwie lustig. Au. Geh weg. Lass mich durch. Oh, das ist kacke. Na dann nicht. Ah, wir haben es geschafft. Oh, was ist denn das für ein komischer Blickwinkel? Geh erst mit da lang. Was gibt's denn hier noch? Hallo? Hallo? Na? Ah. Ah. Eine Erinnerung. Ja. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen, Alice. Von ihren Stärken und Schwächen. Wie machen die das denn? Provozieren die das raus oder wie? Wahrscheinlich schon irgendwie so Mindgame und so. Okay. Ah, ich wollte es doch nicht mehr sagen. Na dann. Drohungen, Versprechungen und gute Absichten sind noch lange kein Handel. Hm. Hast du wohl recht. Wie lang geht das Level denn noch? Muss ich hier runter? Schon, schon. Zwei. Ach so, ich wollte es nur einfach verstecken oder wie? Na dann. Schön. Aber das auch. Nein. Guck mal, das ist ein Geheim... Ach nee, da kommt man irgendwie... Wie kommt man denn da rein? Ist so fancy. Äh. Okay. Spannend. Ach, schau mal einer an. Die unentdeckte Schuldige und der zu Unrecht Beklagte teilen ein ähnliches Schicksal. Gefängnisse und Ketten haben viele Gesichter. Ja, der zu Unrecht Beschuldigte? Wir sind zu Unrecht beschuldigt worden. Und wer ist unschuldig in diesem ganzen Game? So. Da hat sich was getan. Wahrscheinlich kommen wir das irgendwie runter. Was steht da? Das verspricht nichts Gutes. Da ist die drei. Dann wollen wir gleich zu drei. Guck mal, mit unserem Pferdchen könnten wir da einfach die Scheiben kaputt schlagen. Wie wär's? Wird viel einfacher gehen. Okay. Da kommt man irgendwie rein. Aber es ist man wahrscheinlich hier wieder durch und dann... Darüber. Ja. Oh, warte mal. Oh. Ich räume. Ich seh die Spikes voll drauf zu. Okay. Das ist echt furchtbar. Ich merke gerade beim Reden, wie oft ich das Wort sag. Das ist ein bisschen so, wie andere das Wort so sagen. Das ist auch sehr unterhaltsam. Okay. Ich höre aber auch nicht auf damit, was? Muss ich jetzt einmal ein Viereck fangen? Da ist die Vier. Da ist die drei. Da wollten wir ja hin. Achso, das ist das hier jetzt. Äh. Und wie komme ich da ran? Oh Gott, das soll ich denn das jetzt abschießen? Achso. Nein. Hat nicht gereicht. Hat es gereicht? Nein. Ich glaube, ich bin voll auf den Spikes gerade gestanden. Dann kann es sein. Oh. Was ein Glück, ey. Okay. Ah, da geht's weiter. Aber zu der Vier kann ich doch jetzt theoretisch auch rüber. Oder nicht? Oh, wie, wie gerade erschreckt. Irgendwie dachte ich, es ist stehen geblieben. Aber nein, es bewegt sich noch. Oh mein Gott. Jetzt aber komm. Aha, da gibt's ja gar nichts mehr. Na dann, bitte weiter. Das wäre so groß, wenn jetzt über uns jemand steht und zugucken würde. Stellt euch das mal vor. Das wäre unheimlich. Bisschen spooky, der Gedanke. Fände ich aber auch richtig cool als Detail. Aber das ist fünf. Der Funk, glaube ich, wieder raus aus diesem Ding. Ein Hebel. Ja. Ah. Gut, wir kommen wieder raus. Und sechs, 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 sechs. Jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir es hier irgendeine Anstalt hinter uns gelassen? Oder geht's hier erst recht richtig los? Ich weiß ja nicht. Nein, blaues ist es. Ja. Okay. Wir haben es hinter uns gelassen. Uh. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt.